Guten Morgen Kinder, guten Morgen, liebe Frau Haus. Also, da heute der letzte Ferien-Tag, also der letzte Schultag ist, machen wir heute als erste Stunde Sport. Feder, holst du bitte die Stelle? Ja. Hat irgendjemand von euch eine Idee, was wir machen können? Julia? Geräte turnen. Lisa? Gerät turnen. Mit dem Beispiel. Und Maya? Auch mit dem Beispiel. Hallo Julia. Hallo Friedo. Wie geht's dir? Gut, und dir? Mir geht's auch ganz gut. Wollen wir uns heute verabreden? Nee, ich bin heute schon mit Lannack verabredet. Mann! Genau, heute Morgen machen wir uns heute mit dem Bein. Und wenn ich ihn auf die Schiene müsste, dann darauf stürzen, dann stürze ich den Stabteil. So! 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 Fedor, was ist mit dir? Fedor, was ist mit dir? Frau Haas, Frau Haas, hier liegt Fedor, rufen Sie die Polizei. Hallo Frau Haas, da liegt Fedor. Oh Gott, ich rufe lieber ganz schnell die Polizei an. Hallo, ist da die Polizei? Ich bin bei der Telschule. Sie müssen ganz schnell kommen, hier liegt ein Schüler. Da hinten liegt er, wir müssen uns vereinen. Wie heißt der Junge? Er ist Fedor. Hallo, Fedor! Fedor! Okay. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, wer hat ihn gefunden? Meine Schüler haben ihn gefunden. Okay, ich möchte mit denen sprechen. Meine Kollegen kümmern sich um den. Okay, gut. Komm. Was haben Sie zur Tatzeit gemacht? Ich habe mich für Sport umgezogen. Was hatten Sie für ein Verhältnis zum Opfer? Es war mein Freund. Was du gesagt hast, halte ich für eine Lüge. Ich halte Sie für verdächtig. Was ist hier los? Ich hatte schon nur Nasen geblieben. Hmmm? Was ist hier? Was haben Sie für verdächtig? Ich habe mich über ziemlich lang wildlife Hipx muito Babyệch. Bis zum nächsten Mal.